Gesundheit braucht Verstand und brauchen wir gerade wieder, um damit umzugehen, was so in der Presse gerade wieder verbreitet wird. Da geht es nämlich um sogenannte Aligner, um Zahnschienen. Und da wirft man jetzt Firmen vor, dass sie damit unendliche Geschäfte machen. Und die Berufsverbände der Kieferorthopäden, die sich eigentlich auch mit Zahnschienen beschäftigen, die steigen dann natürlich darauf ein und sagen, es geht auch gar nicht, dass da ohne unser Fachpersonal irgendwas durchgeführt wird, wo eigentlich die Kontrolle letztlich fehlt. Das kann nicht gut gehen. Und da gibt es sogar Aussagen, dann käme es zu Zahnlockerungen und da käme es zu Sprachstörungen und so weiter. Das ist natürlich alles sehr spektakulär. Aber fangen wir mal an, steigen wir mal am Anfang ein, wie sich das denn mit der Kieferorthopädie überhaupt in Deutschland verhält, warum es zustande gekommen ist, dass wir solche Systeme haben und warum natürlich Leute so gerne darauf einsteigen. Also fangen wir an. Deutschland ist das Land, wo die Menschen die schiefsten Zähne der Welt haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Mehr als zwei Drittel sollen in Deutschland betroffen sein von schiefen Zähnen. Denn in unseren Nachbarländern sieht das anders aus. Da sind das gerade mal so zwischen 28 und 35 Prozent, wenn wir nach Schweden, Dänemark, Norwegen, Holland schauen und so weiter. Also nicht, dass sie keine schiefen Zähnen hätten, aber es geht um die Behandlungen, die da durchgeführt werden in den Landen. Also da sind wir Weltklasse mit zwei Drittel sind betroffen und brauchen ergeblich eine Kieferorthopädische Behandlung, aber damit noch nicht genug. Die Berufsverbände haben sogar gesagt, im Jahr 2022 haben die so ein Resümee rausgegeben, die haben sogar gesagt, es sind 97,5 Prozent, die eigentlich so eine Zahnkorrektur benötigen. Nachdem ewige Zeiten Zahnspannen, Breckels, Bionatoren und wie das alles heißt, eingesetzt worden ist von Kieferorthopäden, die darauf spezialisiert waren, das anzuwenden, kamen irgendwann die Amerikaner auf die Idee und haben gesagt, das Problem machen wir ganz anders, lösen wir ganz anders, wir machen das mit Schienen, mit Schienentherapien. Also die kamen mir an in Deutschland, ich kann mich noch daran erinnern, 2001 gab es im Kongress, da wurde das erstmalig vorgestellt, mit großer Skepsis aufgenommen. Im Übrigen wird erstmal vorgestellt, dass so Schienen jetzt angewendet werden sollten, um Zähne, um Zahnstellungen zu begradigen. Und diese Schienen hatten ganz bestimmte Prinzipien, nämlich so, dass zunächst mal der Mundraum gescannt werden sollte und aus diesem Scan heraus wurde die Schiene entwickelt. Also ihr kennt das, früher musstet ihr immer so eine Abdruckmasse beißen, dann hatte man die Abdrücke von den Zähnen und wie das Gebiss aufeinander passt und so weiter. Und jetzt hat man diesen Raum im Mund gescannt, hat die Situation der Zahnstellung und so weiter genau festgelegt, wie sie ist und hat das entsprechend ausgewertet und danach dann Schienen gebaut. Diese Schienen verändern nach dem gleichen Prinzip eigentlich die Zahnstellung, nämlich mit Kräften. Und alle 14 Tage soll da so eine neue Schiene eingesetzt werden und deswegen kriegte der Patient von den Kieferorthopäden auch so ein Set von Schienen, die er alle 14 Tage austauschen sollte. Das war irgendwann so, ich glaube im Jahr 2010 wurde das auch von den Verbänden, von den Berufsverbänden der Kieferorthopäden akzeptiert und genehmigt und dann wurde das immer mehr und immer mehr. Also die Skepsis wich der Masse und die Anwendungsbereiche dehnten sich auch immer mehr aus. Heute machen viele Erwachsene auch Kieferorthopädie. Manche zum dritten Mal, die hatten meist schon in der Frühjahr Kindheit eine Kieferorthopädie, dann mit 16, 18 nochmal und jetzt plötzlich als Erwachsenen wieder schief. Ja, also diese Sachen und jetzt, diese Masse, also drängt dann über zwei Drittel der Menschen, sollen ja betroffen sein in Deutschland, die die Kieferorthopädie brauchen. Diese Masse, die hat natürlich andere angelockt. Die wollten von dem Geschäft was abhaben. Das wollten sie nicht nur den Kieferorthopäden allein überlassen. Und die anderen haben gesagt, okay, solche Schienen können wir doch auch herstellen. Wo ist denn da die große Kunst? Und dann haben die sich Referenzkieferorthopäden gesucht. Die haben auch den Scan gemacht im Mund und dann haben die allerdings die Schienen gebaut und den Patienten selber geschickt. Der Patient hat die eingesetzt in Abständen von etwa zwei Wochen. Die müssen übrigens so 22 Stunden am Tag getragen werden, also relativ viel getragen werden. Und dann auch Fotos gemacht, so vom Mund-Innenraum. Ja, die Zähne gezeigt, von vorne fotografiert, von der Seite, von beiden Seiten fotografiert, von oben, von unten, ja, und solche Sachen, die dann eigentlich so als Kontrollmechanismen zugrunde gelegt wurden, um weitere Schienen anzufertigen. Das hat sich also relativ weit verbreitet. Da gab es dann hinterher nicht nur diese amerikanische Firma, ich will den Namen jetzt nicht nennen, wäre zu viel Werbung, sondern es gab auch einige Firmen in Deutschland, die sich genau darauf spezialisiert haben. Und genau die werden jetzt angegriffen und wird gesagt, ja, was die da machen, das ist gar nicht kontrolliert genug, da müssten viel mehr Kieferorthopäden beteiligt sein an dieser Geschichte, damit da nichts großartig passieren kann. Ja, und man spricht von Sprachstörungen, die dadurch entstanden sein sollen und von lockeren Zähnen und von Zahnverlusten. Alles, weil das nicht richtig kontrolliert würde. Gut, kann man so im Einzelnen nur sehr schwierig beurteilen, ob es diese Zusammenhänge tatsächlich gibt. Aber einige Firmen haben schon reagiert darauf und gesagt, okay, dann machen wir halt öfter Kontrolle bei Kieferorthopäden, haben sich noch ein paar Kieferorthopäden mehr gesucht und schicken die jetzt ein, um die Kontrollfunktion ausüben zu lassen. Also, sie wollen jetzt das System doch kontrollierter durchführen und möglich, ich weiß nicht, wie das letztlich ausgeht, also weiß kein Mensch. Warum konnten sich diese Parallelsysteme, also zu den einzelnen Kieferorthopäden vor Ort, warum konnten die sich überhaupt etablieren? Ja, ganz klar, die waren natürlich viel billiger, als sie Kieferorthopäden angeboten haben. Das war für den Kunden natürlich interessant, weil in der Regel müssen diese Behandlungen sogar vom Kunden oder von dem Patienten, richtig gesagt, selbst bezahlt werden. Und vor allen Dingen Erwachsene kriegen in der Regel diese Erstattung gar nicht. Also sie kriegen gar keine Kieferorthopädie mehr bezahlt. Erstaunlich ist eigentlich, warum Erwachsene überhaupt noch Kieferorthopädie brauchen, wenn die schon zwei-, dreimal oder ein-, zweimal Kieferorthopädie hatten. Warum sind die Zähne wieder schief geworden? Und da liegt der Hase im Pfeffer. Vielleicht ist es gar nicht so sehr die Schiene als solche, die das Problem verursacht, sondern dass zu wenig darauf Rücksicht genommen wird, warum denn Zähne eigentlich schief geworden sind und dann noch ein-, zweimal später wieder schief werden, sodass sie mehrfach korrigiert werden müssen. Das ist eigentlich die Fragestellung. Und das ist meiner Ansicht nach die Aufgabe des Kieferorthopädens, die man ihm vielmehr übertragen müsste und die er auch vielmehr annehmen müsste und akzeptieren müsste, sodass er sagt, ja okay, ich kümmere mich auch um die Ursachen. Also ich mache halt nicht nur die Schiene, die jetzt diese Firmen machen, die außerhalb meiner Praxis liegen, sondern ich kümmere mich viel mehr und intensiver um die Ursachen, warum die Zähne schief geworden sind. Und lasse sie nicht wieder schief werden. Das kann auch nicht sein, dass ständig wieder Rezidive auftreten. In der Zwischenzeit kommen ja schon ganz andere Systeme wieder ins Spiel. Jetzt soll sogar operiert werden, wenn zwei-, dreimal die Kieferorthopädie nicht funktioniert hat. Ja, also man schiebt quasi dem Organismus individuell die Schuld zu, er sei der Schuldige, dass immer wieder schief wird. Nein, dafür gibt es funktionelle Ursachen. Funktionell bedeutet, da drückt etwas gegen die Zähne, da arbeitet etwas gegen die Zähne, dass sie schief werden. Nämlich falsche Funktionen. Und wenn die nicht korrigiert werden, diese falschen Funktionen, werden die Zähne immer wieder schief. Selbst wenn es operiert wird, haben wir stets weiter den Impuls und den Trigger, dass die Zähne wieder schief werden. Das ist meiner Ansicht nach so eine der Kernaufgaben der Kieferorthopäden, dass sie sagen, okay, darum kümmern wir uns jetzt viel mehr, denn darauf können wir achten und das können wir auch kontrollieren. Und das können die anderen halt ganz schlecht von außerhalb. Und da liegt auch unsere Fachkompetenz, dass wir viel mehr verstehen davon, warum denn die Zähne schief werden. Also ich meine, liebe Kieferorthopäden, wenn ihr hier zuhört, das wäre so das, wo ihr euch verstärkt drum kümmern müsstet. Das heißt ja nicht, dass man das andere auslöst, dass das andere nicht mehr da ist. Nein, ihr müsst euch aber mehr um die Ursachen kümmern. Und nicht nur über die Folgen, die entstanden sind, also die schiefen Zähne selber nur auf dem Fokus haben. Sondern immer, warum ist das denn entstanden? Ja, und dazu muss man sich eine ganze Menge anderer Funktionen anschauen und die müssen konsequent korrigiert werden. Ja, wir haben dafür den Face Pharma hier entwickelt. Die Face Pharma Therapie ist zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit, um das Problem wirklich zu lösen. Dass Funktionen korrigiert werden. Es kann sich zur Kieferorthopädie wunderbar parallelisieren, kein Problem. Und ihr führt das Kontrollsystem durch, dass sich diese Funktionen auch wirklich so eingestellt haben, dass sie die Zahnstellung, dass sie die Kieferform nicht mehr belasten. Das sollte eigentlich auch der Kunde wissen, dass darauf Rücksicht genommen wird, dass das beachtet wird. Ja, also auch den Kieferorthopäden ruhig mal daran erinnern. Dann kannst du mir mal sagen, warum denn meine Zähne immer so schief werden? Und nicht einfach nur meinen, dass wir alles so in die Wiege gelegt, dass das immer wieder kommt. Nein, ist es nicht. Sondern da gibt es wirklich massive Gründe. Ja, okay, das war es schon für heute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte wieder liken, an Freunde und Bekannte weitergeben, unbedingt unseren Kanal abonnieren. Und schreibt unter das Video einen Kommentar. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein und sage Tschüss für heute.